Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eldaria und mittlerweile Episode 28 Engel und Dämonen. Wir sind diesmal das erste Mal live auf Twitch unterwegs. Es ist natürlich etwas Neues. Sehen wir es einfach mal als Experiment an. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir sind jetzt gerade 85 Leute und dann gucken wir mal, wie es läuft. Wir werden uns gleich auf jeden Fall auch noch die Zusammenfassung anschauen, weil ich bin mittlerweile vollkommen raus. Das Weihnachtsevent war dazwischen. Die letzte Episode ist drei, vier Monate her. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Also an dieser Stelle nicht nur Hallo an YouTube, sondern vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die jetzt auch bei Twitch dabei sind. Die Community wird hier immer größer. Allerdings, Jessica, alles klar. So, Achtung. Diese Episode enthält Gewaltszenen, die auf Spieler mit einer ausgeprägten Sensibilität schockierend wirken können. Auch dahingehend bin ich schon informiert worden. Es wird wohl echt heftig, ausnahmsweise mal. Ich werde Spotify eben ausmachen. Ich werde die Musik, Soundeffekte und so weiter hinterher reinschneiden. Das behalten wir trotzdem noch bei. Einfach, weil ich ein kleiner Perfektionist bin. So. Los geht's. Was in der letzten Episode geschah? Und wir gucken uns natürlich die Zusammenfassung an, wie immer. Deine Rückkehr ins Hauptquartier ist nicht gerade reibungslos verlaufen. Valkyuan hat sich seinem Bruder angeschlossen, um ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen und ist seither nicht länger an eurer Seite. Aber trotz allem, was sich in Balenvia und bei den Fenghuangs ereignet hat, solltest du die Hoffnung nicht aufgeben. Denn eben erst hat euch eine Nachricht von höchster Wichtigkeit erreicht. Und daran kann ich mich zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr erinnern. Valkyuan und Lance sind im Kappaland aufgetaucht. Sobald sich die Lage im Fenghuang-Tempel beruhigt hat, darfst du zu ihnen reisen. Aber bist du überhaupt schon bereit, dem Obsidian wieder gegenüber zu treten? Was, wenn er sich erneut für seinen Bruder entscheidet? Wirst du ihm je vergeben können? Und ich weiß eigentlich jetzt schon, dass ich ihm vergeben kann. Und ich glaube, ihr seht das auch alle so, oder? Episode 28 von Eldaria starten und dann gucken wir mal. Oh mein Gott, was? Seit wann haben wir bei Eldaria Musik? Leute, ich muss keine Musik mehr reinschneiden. Was ist da los? Oh mein Gott. Da bin ich gerade richtig happy. Da bin ich richtig happy. Seit dem Weihnachtsevent? Echt? Das ist interessant. Ronja, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen auch an dich. So. Alles klar. Valkyuan und Lance wurden auf dem Weg ins Kappaland gesichtet. Ich habe ein Erkundungsteam losgeschickt. Kehrt bitte schnellstens ins Hauptquartier zurück. Miiko. Äh, was? Der Wortlaut der Nachricht lässt keine Zweifel zu. Dann müssen wir sofort zurück ins Hauptquartier. Sobald wir uns versichert haben, dass die Fenghuangs wohl auf sind. Aber dann verlieren wir vielleicht Valkyans Spur. Was ist denn mit den übrigen Gartenmitgliedern in unserem Team? Können die sich nicht darum kümmern? Oh, Bitchi. Ja, unsere Mission geht vor. So, Leute. Ihr, ich habe es gesagt, ihr habt mit Entscheidungsrecht. Also eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Da sehe ich schon eine drei von Blue. Dein Gesicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe es eben schon den ganzen Twitch-Leuten gesagt. Alle sind für drei. Da ist Lilli hat einmal eins gesagt. Es ist so, wenn ich lese und in eine Rolle eintauche oder die Stimme verstelle, dann ziehe ich Grimassen. Ja. Jeder Charakter hat eine eigene Stimme und deswegen, ja. Hey, Melda. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. So, die meisten sind für drei. Das ist sogar ziemlich eindeutig. Also, unsere Mission geht vor. Es tut mir leid, Valkyria. Ich weiß, wie viel dir daran gelegen ist, sie aufzuspüren. Aber ich möchte sie ja auch finden. Wir kehren so bald wie möglich ins Hauptquartier zurück. Versprochen. Können wir die anderen Missionsteilnehmer bei den Fenghuangs bleiben? Na, das ist eine gute Idee. Das wäre jedenfalls eine mögliche Option. Zuerst muss ich das aber mit Huanghua abklären. Gehen wir auf mein Zimmer? Nefra und Huanghua zogen sich in den Tempel zurück. Ich konnte die Neuigkeit kaum fassen. Valkyria und Lance waren unterwegs zu den Kappas. Hoffentlich schwebte dieses friedfertige Volk nicht in Gefahr. Valkyria, wenn du mich hörst, dann halte bitte deinen Bruder davon ab, erneut etwas Unverzeihliches zu tun. Ich wurde je aus meinen Gedanken gerissen, als ein paar Fenghuangs zu mir kamen, um mich um Hilfe zu bitten. Natürlich konnte ich sie nicht... Äh... Entschuldigung. Natürlich konnte ich sie nicht verwehren. Was kann ich für euch tun? Äh, nun, wir... Wir bräuchten etwas Unterstützung bei der Ernte und in der Küche. Äh, wenn wir den Tempel verlassen, wollen, äh, wir so viel Proviant wie möglich mitnehmen. Und zur Konservierung unserer Lebensmittel brauchen wir noch so einige regionale Zutaten. Macht ihr auch Marmeladen und Eingewecktes? Eingewecktes? Was denn Eingewecktes? Ich dachte schon, ich hab mich verlesen. Hallo, Gina. Unter anderem, ja. Alles klar. Wo braucht ihr mich? Konfitüren oder so. Ja, Konfitüren. Aber warum schreiben sie da nicht Konfitüren? Eingelegtes. Oh Gott, oh Gott. Eigentlich überall. Hä, folgt mir. Es machte mir nichts aus, den Fenghuangs ein wenig unter die Arme zu greifen. Solange Nephra nicht über die weitere Vorgehensweise entschieden hatte, hatte ich ohnehin nichts zu tun. Also müssen wir jetzt den Fenghuangs helfen. Wir stiegen ins Tal hinab, um Früchte und Wurzeln zu sammeln. Der junge Fenghuang aus meinem Team erklärte mir, dass man mit diesen Knollen Heuschnupfen und andere Allergien fast vollständig heilen konnte. Was meine Mutter für so ein Mittel geben würde. Es gab ja kaum etwas gegen das Ärmste nicht allergisch war. Äh, Entschuldigung. Oh Gott, jetzt geht's los. Ich muss mal die Kopfhörer abnehmen, weil Musik irritiert mich immer so ein bisschen. Es gab ja kaum etwas gegen das die Ärmste nicht allergisch war. Für sie wäre das Ideal. Ja, für mich wahrscheinlich auch. Das wäre so ein Allheilmittel, da wäre ich auch für. Sowas bräuchte ich auch. Und die Musik soll ein bisschen leiser. Alles klar. Passt das von der Musik so? Die arme Mutter. Ja. Ich bin aber auch so, ne? Mist, es gibt keine. Keine was? Edenhüte. Das ist eine Pilzsorte, die gelegentlich wächst. Wir Fenghuangs essen sie gerne als Süßigkeit. Schade. Ich hätte gerne ein paar davon in unser Exil mitgenommen. Vielleicht haben wir ja eines Tages die Möglichkeit, hierhin zurückzukehren. Hm, vielleicht. Stimmt, so langsam kommt die Erinnerung wieder. Die Fenghuangs sollen ja, ähm, raus, evakuiert werden. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie, wo, was und wieso. Und es ist einfach viel zu lange her. Viel besser. Sehr gut, dankeschön. Hier sammelten wir eine Art klebrigen Sirup, der von den Baumstämmen tropft. Versehentlich kam ich mit der Masse in Berührung und erschauerte. Als er meinen angewiderten Gesichtsausdruck sah, forderte mich mein junger Teampartner auf, von dem Zeug zu kosten. Zunächst wollte ich nicht so recht, aber schließlich überwand ich meine Vorbehalte und musste mir eingestehen, dass er recht gehabt hatte. Es war total lecker. Wenn man, äh, Fleischstücke in diesem Sirup wälzt, sind sie problemlos monatelang haltbar. Für den Transport unserer Lebensmittel zum Hauptquartier ist das ungemein nützlich. Das glaube ich gern. Also klug sind sie auf jeden Fall. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, haben sie überhaupt Salz hier? Wie war das noch mit Gewürzen? Irgendwas war da. Irgendwas war da. Fräulein Valkyria. Ja? Huang Hua bittet umgehend ihre Anwesenheit in ihrem Zimmer. Aber ich helfe gerade diesen Leuten hier. Bitte kommt schnell. Sie sah gar nicht gut aus. Ich warf dem Feng Wang an meiner Seite einen Blick zu und er gab mir mit einem Nicken zu verstehen, dass ich besser gehen sollte. Oh wow. Oh ja. Oh ja. Das Hauptquartier der Feng Wangs. Das war immer so eine Sache. Aha. Gut. Huang Hua? Was ist denn los? Es ist Feng Zifu. Das Heilmittel wirkt nicht bei ihm. Er ist noch genauso schwach wie vorher. Verdammt. Was können wir denn sonst noch für ihn tun? Ich hab dich kommen lassen, weil ich glaube, dass du ihm helfen kannst. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Sicher. Welchen denn? Weißt du noch, als du niedergestochen wurdest? Da haben wir dir eine Transfusion gelegt. Ähm, ja. Weil Leiflins Blut mit meinem kompatibel war. Warum erzählst du mir das? Weil dein Blut besonders ist. Nur sehr wenige Leute können dir ihres spenden. Aber du? Du kannst jedem Blut spenden. Also, sehe ich das richtig, dass sie quasi das Blut, ähm, A-positiv hat? Ich glaube, das war A-positiv, ne? Was bei jedem kompatibel ist. Was war nochmal mit ihm? Ja, genau. Genau. Das war eben auch so die Frage, die ich im Kopf hatte. Null negativ. Ja, das kann auch sein. A-null. Okay, Null ist mit allen kompatibel. Aber dann gibt's noch eine ganz besondere. Wo wirklich nur die eine funktioniert. War das auch Null? Ich dachte, das wäre A-gewesen oder so. Das Chip darf nicht zerbrechen, Sif. Ja, genau. Denk an Karuto. Sif ist ganz ähnlich. Er kann nur zwei Blutgruppen empfangen. Entweder seine eigene oder die von Universalspendern wie dir. Heißt das, du brauchst eine Blutspende von mir? Ja. Bist du damit einverstanden? Aber gewiss. Nehmt mir so viel Blut ab, wie ihr braucht. Und weg. Oh, danke. Dann wäre da nur noch eine Kleinigkeit. Nur raus mit der Sprache. Bevor du Feng Sifu Blut spenden kannst, musst du noch den Segen des Pangu erhalten. Ohne den wird Sif dein Blut nie akzeptieren. Was ist das denn? Nun ja, alte Sagen nach hat Pangu die erste Welt und alles Leben erschaffen. So eine Art Schöpfergott. Für uns Fenghuangs ist er ein Symbol des Lebens der Wiedergeburt und des Universums. Er macht aus Wesen wie dir oder deinen Freunden eine der unseren. Moment mal, träum ich oder bittest du mich gerade eine Fenghuang zu werden? Ja und nein. Mein Volk würde dich lediglich in den Kreis unserer engen Freunde aufnehmen. Um eine echte Fenghuang zu werden, muss man eine ganze Reihe von Geboten befolgen. Und Wolfstigerin, vielen, vielen Dank für einen Euro. Blub zurück. Ich will dich zu nichts drängen, aber Feng Sifus Leben hängt davon ab. Schade. Ich hätte meinen Namen gerne in Huang Valkyria geändert. Oh Gott, das klingt bescheuert. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, diesen Segen zu empfangen. Einverstanden. Wenn ich damit Feng Sifus Leben retten kann. Also ich persönlich wäre da für drei, aber ich halte mich wieder an die Mehrheit. Also, was sagt ihr? Da kommen gleich ganz, ganz viele Dreier. Okay. 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 Linia ist für die Eins. Aber ansonsten ist das echt eindeutig. 3, 3, 3, 3. Alles klar. Dann nehmen wir die Drei. Und ich wäre persönlich auch definitiv dafür. Denn ganz ehrlich, wie soll Karuto weiterleben, wenn Feng Sifu nicht mehr am Leben ist? Und ich shippe die beiden immer noch Hardcore. Danke. Wir müssen dich schnellstens vorbereiten. Folge mir zum Feueraltar. Dort werden wir dich reinigen, bevor du dem großen Pango gegenüber trittst. Bei der Vorstellung, ihrem Gott zu begegnen und von ihm gesegnet zu werden, ist mir schon etwas mulmig zumute. Doch als ich in Huang Huas strahlendes Gesicht sah, war ich plötzlich froh, mich einer solchen Herausforderung stellen zu dürfen. Also zum Feueraltar. Und ich hoffe, dass er es überlebt. Weil ohne ihn, das wäre halt schon wieder der nächste Verlust, den ich nicht so akzeptieren würde. Und auf einmal nimmt Karuto sich das Leben. Genau, Waifu! Genau das! Aber wer ist top und wer ist bottom? Das ist eine sehr gute Frage, Pommes. Aber ich glaube, das klären die beiden dann so ein bisschen. Und die beiden brauchen ein Shipping Name. Karuto ist top. Äh... Feng Siruto? Ja, das klingt komisch. Ich denke bei Karuto direkt erst an Kabuto. Ja, ist bei mir auch so. Vor allem, ich habe immer so ein bisschen... Karuto, Kabuto. Wer war jetzt... Wer war jetzt Karuto, der von Naruto? Oder war... Ich denke, es gibt einiges. Miigos Familie. Ich weiß gar nicht, ob Miigos Familie noch lebt. Karufu? Karizifu? Ziruto! Jetzt geht's los! Also ich finde Feng Ziruto ganz cool. Muss ich sagen. Klingt fast wie Naruto. Naruto, Kabuto, Karuto. Na? Ich trat in den Feuerealtar, um mich der rituellen Reinigung zu unterziehen. Entgegen meiner Erwartung waren Huang Hua und ich nicht allein, sondern von einer ganzen Schar Feng Wangs umrundet. Sie verfolgten jede meiner Bewegung und übertrugen mir all ihre Energie und Unterstützung. Trotzdem spürte ich, wie Panik in mir aufstieg. Zögernd und geradezu schüchtern näherte ich mich dem Wasser. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich sie zu Fäusten beite, um mir meine Furcht nicht anmerken zu lassen. Und hallo Hase. Zuerst befeuchtete ich meinen Hals, dann meine Stirn. Und Gina, danke für dein Follow. Ehe ich komplett in das seichte Wasser des Altars eintauchte. Ich schloss sogleich die Augen, um diesen Moment der Stille voll auszukosten. Aufmerksam lauschte ich auf die gedämpften Geräusche, die von außen zu mir drangen. Der Wind strich sanft durch die Blätter des Baumes, dessen Zweige bis zu mir ins Wasser ragten. Das Plätschern der in die Luft springenden Karpfen, die gelegentlich ganz dicht an mir vorbeischwammen. Nach ein paar Minuten begann Huang Hua eine Zauberformel aufzusagen, doch durch das Rauschen des Wassers waren ihre Worte nicht zu verstehen. Nichtsdestotrotz spürte ich in mir die tiefe Gewissheit, dass ich nichts zu befürchten hatte. Und dass ihre Stimme etwas Positives, Wohlwollendes verkündete. Und schon bald bestätigte sich meine Vermutung. Auf einmal wurde mein Körper von einer wundersamen Energie durchströmt, einer köstlichen Wärme, wie ich sie noch nie zuvor empfunden hatte. Sie erfüllte mich von Kopf bis Fuß, bahnte sich ihren Weg durch meine Adern und löschte dabei alles aus, was an Negativen in mir war. Meine Ängste, meine Unsicherheiten, meine Zweifel. Als ich aus dem Wasser stieg, fühlte ich mich stärker als je zuvor. Gereinigt, Leute, gereinigt. Und? Wie fühlst du dich? Seltsam, fantastisch. Dann hat die Reinigung funktioniert. Das sind ja großartige Neuigkeiten. Jetzt kannst du Pangu gegenübertreten. Und wo? Folke Huanghua, um Pangu gegenüberzutreten. Wenn ich ein Pangu wäre, wo wäre ich dann zu finden? Wahrscheinlich an einer dieser Stellen hier draußen im Garten. Nicht? Irgendwo draußen vielleicht? Pilgerweg? Wenn ich Pilgerweg höre? Nee. Dann kommen wir wieder ins Gebirge. Nee. Wo tritt man denn so einem Gott entgegen, wenn ich mal fragen darf? Ich brauch die Reinigung für Klassenarbeiten. Ah, okay, wir gehen in ihr Zimmer. Alles klar. Weil der Gott auch in Huanghuas Zimmer lebt. Klar. Wir gehen auf Huanghuas Zimmer. Ich strotze nur so vor Zuversicht und Energie. Und? Womit fangen wir an? Zunächst werde ich ein paar Tropfen deines Blutes in dieses Schälchen füllen und es auf Fengzi-Fus Brust stellen. Dann müssen wir beide unsere Hände auf Ziffs Hände und auf seine Stirn legen, sodass unsere Lebensenergie auf ihn übergehen und ihm neue Kraft spenden kann. Ich werde ein Zauber wirken, aber du konzentrierst dich einzig und allein auf Ziff und auf die Kraft, die du ihm einflößen möchtest. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Wenn alles nach Plan läuft, wirst du eine ähnliche Energie spüren wie bei deiner Reinigung. Dann können wir ihm dein Blut geben. Alles klar. Dann nichts wie los. Wie Huanghuas mir erklärt hatte, vergoss ich erst ein paar Tropfen meines Blutes, ehe ich mich zu Fengzi-Fu ins Bett setzte. Er sah so schwach aus. Ich legte ihm die Hände auf, zitterte aber dabei merklich. Dies war vielleicht unsere einzige Chance, ihn zu retten. Ich durfte nicht versagen. Die Sprache, in der Huanghuas nun die Zauberformel zu murmeln begann, erinnerte mich stark an Mandarinen. Alles, was ich heraushören konnte, war der Name Pangu. Doch je mehr ich mich darauf fokussierte, fängt Zifu so viel Kraft wie möglich zu spenden, desto undeutlicher wurden Huanghuas Worte im Hintergrund. Alles, was ich noch wahrnahm, war der schwache Atem meines Fenghuang-Freunds. Ich wollte ihn so dringend heilen und fürchtete doch gleichzeitig nicht dazu in der Lage zu sein. In diesem Augenblick machte sich eine unangenehme Wärme um uns herum breit. Ein sanfter Windhauch streichelte meinen Nacken und ließ mich frösteln. Eine leise Stimme hauchte mir ein. Danke. Ins Ohr. Und meine Lippen verzogen sich unwillkürlich zu einem Lächeln. Die Energie, von der Huanghuas mir erzählt hatte, erfüllte langsam meinen ganzen Körper. Ich spürte, dass ich dabei war, die alles entscheidende Prüfung zu durchlaufen. Und den Segen des Pangu zu erhalten. Als ich die Augen wieder öffnete, begegnete ich Fenghuangs... Als ich die Augen wieder öffnete, begegnete ich Huanghuas tränenverhangenem Gesicht. Dennoch strahlte sie übers ganze Gesicht. Ich hab mich schon wieder verlesen. Als ich die Augen wieder öffnete, begegnete ich Huanghuas tränenverhangenem Blick. Dennoch strahlte sie übers ganze Gesicht. So. Alle guten Dinge sind drei. Du hast es geschafft. Pangu hat dich gesegnet. Nun können wir Zifternblut spenden. Sofort ließ Huanghuas nach Ulua rufen, die die Transfusion legen sollte. Der Prozess nahm mehrere Stunden in Anspruch und zehrte sehr an meinen Kräften. Trotzdem war ich glücklich. Denn im tiefsten Innern wusste ich, dass diese Kraft nicht einfach vergeudet war, sondern einem kostbaren Zweck diente. Als die Spende beendet war, riet mir Huanghuas, mich eine Weile auszuruhen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Sag mir bitte, wenn Feng Zifu aufwachen sollte. Und nun ruhen wir uns aus. Ich denke mal, dass wir dafür in unser Zimmer gehen sollen. Ohne Umschweife legte ich mich schlafen. Einige Stunden später klopfte Ulua an meiner Tür. Feng Zifu war wach. So schnell ich konnte, eilte ich zu Feng Zifus Krankenbett. Bei dem Gedanken, dass er auf dem Weg der Besserung war, schlug mir das Herz bis zum Hals. Doch als ich das Zimmer betrat, lag er noch immer im Bett. Als er mich ansprach, klang seine Stimme so zittrig, dass ich wie erstarrt stehen blieb. Wie sehr hatte ich mir doch gewünscht, ihn wieder bei Kräften zu sehen. Andererseits, wenn ich so darüber nachdachte, war es naiv von mir gewesen, eine so schnelle Genesung zu erwarten. Obwohl ich traurig darüber war, dass es ihm noch nicht besser ging, war es doch zumindest eine Erleichterung zu wissen, dass er nicht länger in Lebensgefahr schwebte. Ulua verkündete uns, dass er nun stark genug war, um zum Hauptquartier transportiert zu werden. Dort aber noch weitere Bluttransfusionen benötigt wurden. Glücklicherweise gab es im Hauptquartier noch mehr Leute wie mich, die zu den Universalspendern zählten. Sobald es mir nun frei stand, mich auf die Suche nach Lens und Valkyron zu begeben, sofern es dafür nicht bereits zu spät war. Wir verbrachten eine letzte Nacht im Tempel, um alles Nötige für die Reise vorzubereiten. Damit Feng Zifusi auch Jahr überstand, verabreichte ich ihm am nächsten Morgen noch ein wenig Blut. Dann machten wir uns auf den Weg. Los geht's. Ist es jetzt das letzte Mal, dass wir das Reich der Feng Wangs verlassen? Weil rein theoretisch, die anderen werden auch evakuiert. Die kommen ins Hauptquartier. Werden wir hier jemals zurückkehren? Was meint ihr? Alles klar, Lucky Cat. Bis später. Alice meint, wir kommen zurück? Das wird interessant. Das wird interessant, ob wir das überhaupt jemals wiedersehen. Bestimmt. Okay, ihr seid zuversichtlich. Ich muss gestehen, ich traue diesem Spiel nicht mehr. Seitdem sie Ika umgebracht haben... Ne? Sie haben Kinder umgebracht. Sie haben Brownies umgebracht. Meine, wer bringt Brownies um? Brownies sind lecker. Badamts. Valkyria, ich weiß, dass du am liebsten sofort zu den Kappas reisen würdest, um nach Valkyron zu suchen. Aber zuerst müssen wir hinunter nach Balenvia und uns vergewissern, dass die Dorfbewohner und die Mykoniden alle wohl auf sind. Kein Problem. Wir müssen ja auf unserem Weg zum Hauptquartier sowieso eine Rast einlegen. Ein letztes Mal blickte Huanghua zum Fenghuang-Tempel hinüber. Der Gedanke, dieses Land auf ungewisse Zeit hinter uns lassen zu müssen, versetzte mir einen kleinen Stich. Meine Freunde, wir brechen auf. Die Reise war lang. Und je näher wir bei Lenvia kamen, desto schneller schienen die Tage und Nächte zu vergehen. Unnatürlich schnell. Als wir das Torf erreichten, brach gerade der Morgen an. Ich tauschte einen beunruhigten... Ich tauschte einen beunruhigten Blick mit Huanghua. Ich hatte zwar keine Uhr bei mir, war mir aber sicher, dass es eigentlich noch längst nicht hell werden dürfte. Das war nicht das erste Mal, dass ich dieses Phänomen bemerkte. Ich musste dem unbedingt nachgehen. Nevra, kann ich dich kurz sprechen? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich... Es ist dringend. Ich fasste ihn am Arm und sah ihn eindringlich an. Nein. Diesmal wollte ich antworten. Was gibt es denn? Du machst mir ja Angst. Was ist nun mit der Zeit los? Seit der Kristall zerbrochen wurde, scheint sie mir irgendwie aus dem Takt zu sein. Ich habe mir schon gedacht, dass du früher oder später danach fragen würdest. Nun, dein Bauchgefühl trügt dich keineswegs. Die Zeit ist tatsächlich aus den Fugen. Zumindest der Tag-Nacht-Rhythmus. Wie denn das? Es sieht so aus, als würde das Phänomen umso stärker, je näher wir dem Kristall kommen. Migo hat Kundschaften aus so ziemlich allen Ecken und Enden der Welt befragt und sie alle berichten von den gleichen Problemen. Das verheißt wirklich nichts Gutes für die Zukunft dieser Welt. In der Tat, zumal dies nicht die einzigen Vorboten eines drohenden Weltuntergangs sind. Uns ist aufgefallen, dass auch Teile der Pflanzenwelt verkümmern und das Mana-Gleichgewicht weiterhin instabil ist. Mit derart drastischen Veränderungen hat keiner von uns gerechnet. Verstehe. Wann will Migo die Sache publik machen? Schon bald. Wir bereiten Botschafter vor, damit ein jeder sich auf das Kommende vorbereiten kann. Vorbereiten auf was genau? Auf das Ende der Welt. Seine Antwort ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Naja, jetzt muss ich aber wirklich zum Bürgermeister. Tut mir leid, wenn ich dich damit einfach so im Regen stehen lasse. Ja, wow, toll. Da haut eine Bombe raus, so von wegen, ja Mensch, Ende der Welt und das kommt jetzt halt. Aber ey, ich hab ne Audienz beim Bürgermeister. Toll! Danke, Nephra. Danke. Verstehe ich doch. Danke für deine Ehrlichkeit. Das Ende dieser Welt rückt unaufhaltsam näher. Und so sehr ich mich auch bemühe, an der Hoffnung festzuhalten, die Lage erscheint mir ziemlich aussichtslos. Etwa eine Stunde später kehrten Nephra und Huanghua mit erfreulichen Neuigkeiten zurück. Nach ihrem Opfer hatten die Mykoniden wieder die volle Kontrolle über ihre Kräfte erhalten. Und obwohl sie im Ruf standen, stoische Einzelgänger zu sein, hatten sie sich endlich unter die Balenvianer gemischt. Nun sah man Kinder der Mykoniden und der Balenvianer im Dorf zusammenspielen, mit einem glücklichen Strahlen auf den Gesichtern. Mit dieser idyllischen Szene vor Augen wandten wir uns zum Gehen. In dem Wissen, zwei Völker vereint zu haben, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Bei diesem Gedanken wurde mir spürbar leichter ums Herz, auch weil meine Angst nicht ganz verschwinden wollte. Dafür kam mir die Reise ins Land von Il sehr viel kürzer vor als sonst, bestimmt weil mein Gehirn einfach keine Ruhe geben wollte. Unablässig grübelte ich darüber nach, wie wir Valkyron und Lens aufspüren könnten. Nichts anderes zählte mehr. Oh ja, Alice. Ich hoffe, dass es am Ende ein Happy End gibt. Ich auch. Ich auch. Aber ich glaube, B-Move würde nicht so weit gehen, ihre Fans noch weiter zu, ja, wie sagt man, verärgern. Ich meine, sie haben durch Spider-Morris schon ordentlich Ärger auf sich gezogen. Sie haben mit dem Release von Moonlight Lovers ordentlich Ärger auf sich gezogen. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Kaum hatten wir das Tor zum Hauptquartier durchschritten, sonderten sich Nevra und Huanghua ab, um Miiko Bericht zu erstatten. Ich beschloss, die Zeit bis zu ihrer Rückkehr auf meinem Zimmer zu verbringen. Zu meiner freudigen Überraschung wurde ich dort von Sabali begrüßt. Ich nutze den Großteil des Tages dazu, mich auszuruhen und die kurze Zeit zu genießen, die mir vergönnt war. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe momentan keinen Gefährten, weil es war mir einfach immer so zuwider, jeden Tag reinzugehen, jeden Tag Futter zu geben. Momentan wird man ja nicht mal mehr die Beutel los, weil keiner, kein Schwein kauft diese Beutel. Dementsprechend bringt das einfach nichts mehr. Einfach alle Blitzdingsen machen wir. Dabei hatte ich in Wahrheit doch nur das eine Verlangen, mich endlich auf die Suche nach Walkhörn zu machen. Auch wenn ich gar nicht mit Sicherheit sagen konnte, wie ich reagieren würde, sollten wir tatsächlich wieder aufeinandertreffen. Ich glaube, ich würde mich freuen. Ich meine, er hat es für seine Familie getan und ich würde auch in Real Life niemals meinen Lebensgefährten zwischen seinem Bruder und mir wählen lassen. Das geht gar nicht. Ich habe gerade Sabbali gelesen. Speed Amores Campus Leben lässt grüßen. Ich aber auch erst. Mein Hirn im letzten Moment so, nein, nicht Sabbali. Und je mehr Zeit verstrich, desto ungeduldiger wurde ich. Zum Glück klopfte kurz darauf Kero an meine Zimmertür. Mi-Miiko will im Saal der Pforten eine Ankündigung machen. Kommst du? Okay. Alles klar. Äh, was war das? Wow. Hier ist ja einiges los. Wahrscheinlich will Mi-Miiko über die Zeit-Anomalien sprechen. Wenn alle da sind, können wir ja anfangen. Ich hatte richtig geraten. Mi-Miiko erklärte der versammelten Mannschaft, was es mit den unregelmäßigen Tages- und Nachtzeiten auf sich hatte. Entsetztes und überraschtes Gemurmel war zu hören. Ein paar Leute begannen sogar zu weinen. Und auch wenn diese Neuigkeit nicht mehr wirklich neu für mich war, traf sie mich doch bis ins Mark. Abermals wurde mir bewusst, in welch katastrophalen Zustand sich unsere Welt befand. Gut. Frage. Wenn Eldaria untergeht, könnten theoretisch die ganzen Filien in die Menschenwelt kommen? Ich meine, ich weiß, es muss ein Opfer dafür stattfinden. Aber wenn Eldaria in Gefahr ist, könnten die doch theoretisch rübergehen. Oder, zweite Frage, wenn Eldaria in Gefahr ist, ist die Menschenwelt, die Milchstraße, die Galaxie ebenfalls in Gefahr? Weil Parallelwelten auch irgendwie voneinander abhängig sind? Und, ja. Fragen über Fragen. Und das liebe ich so an Eldaria, weil es kommen einfach so viele existenzielle Fragen in den Kopf, wo sich jeder denkt so, ey, hallo, es sind Atome Games, war eigentlich mal angesetzt für Leute ab sechs Jahren, jetzt ist es ab 16. Ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr ja nicht so darüber, aber, aber wenn das passieren würde, wer macht das Opfer? Hm, Valkion und sie? Oh, das ist dann das Ende des Spiels, so Valkion und sie opfern sich, damit die Filien rüber können in die Menschenwelt. Nicht, dass sie sich am Ende noch opfert dafür. Ja, Issac! Alle glauben das gerade. Ein Leben mit Valkion in der Menschenwelt. Ja, gut, okay, ich glaube, Valkion würde da auch extrem auffallen, ne? Ja, Spita Moris war auch mal ab Null. Ja, war. Mal. Und dann kamen die Nacktszenen rein. Also, wenn die Welten zusammenhängen, was sie ja scheinbar tun, da man aus der einen Welt Erinnerungen in der anderen verändern kann, dann hängen die ja zusammen. Da müssten beide Welten in Gefahr sein. Stimmt. Ja, richtig, richtig. Man musste ja nicht mal in der Menschenwelt sein, damit wir aus dem Gedächtnis unserer bekannten Verwandten etc. pp. gelöscht werden können. Da hast du recht, Yvonne. Wahrscheinlich opfert sich dann der Lover oder eine sehr wichtige Person. Leifton. Am Ende ist es Leifton, dem es alles leidtut und sich dann opfert, damit beide Welten überleben können. Oh Gott! Miyiko opfert sich. Genau, Leifton. Sag ich ja, Angie. Und Freya. Ja, kann passieren, ne? Shit happens. Oder Valkyron und die Sue opfern sich und landen dann in der Menschenwelt. Weil vielleicht ein Teil, sie sind ja beide sowohl Mensch als auch Filien. So, sie sind ja so ein Zwischending. Dann wäre es total lustig, da habe ich mal in der Fanfiction drüber geschrieben und das hatte ich mir halt so gedacht, dass ich dann irgendwann so weit komme, dass sie halt in der einen Welt nicht sterben können, sondern in der anderen Welt trotzdem noch weiter existieren. Weil dann ja nur der eine Teil von ihnen tot ist, aber der andere noch lebt. Ja genau, die Familie hat sie halt vergessen, wenn sie zurückkommt. Das ist ja richtig, ja. Aber wir können uns ja trotzdem eine neue Identität aufbauen. Oder sie ist schwanger und sie opfern sich für das Kind. Während sie schwanger ist? Was? Dann ist das Kind doch auch tot. Wir haben das Ende von Eldaria herausgefunden. Wieder da. Was habe ich verpasst? Kann mich jemand aufklären? Genau, könnt ihr Bluecords aufklären? Wir haben gerade sehr, sehr interessante Theorien am Start. Also in Kurzfassung, es ist wohl so, dass Eldaria untergeht. Die Frage ist dann halt, ist die Welt, die Menschenwelt ebenfalls betroffen etc. Jetzt wird es mir zu spekulativ. Hallo Joanna. Könnt ihr Joanna und Blue kurz aufklären, was bisher passiert ist? Das wär's. Alles nur ein Traum. Badamts. Ja. Guten Morgen. Du bist hingefallen. Hast dir den Kopf an den Ast gestoßen. Ah Gott, oh Gott. Und dann. Pass auf, pass auf. Und dann wacht sie auf und plötzlich ist da Valkion und das ist dann eigentlich der Oberarzt, der sie behandelt. Spekulation. Und über Spekulation. Wir sollten, wir sollten bei WeMove anfangen, Leute. Wir sollten bei WeMove anfangen. Und auch wenn diese Neuigkeit nicht wirklich neu für mich war, traf sie mich doch bis ins Mark. Abermals wurde mir bewusst, in welch katastrophalem Zustand sich unsere Welt befand. Auch die im Anschluss weitergegebenen Informationen betrafen mich direkt. Einige unter euch wissen es bereits, aber so langsam wird es Zeit, dass die Wahrheit allgemein bekannt wird. Der Mann, der den Kristall zerbrochen hat. Ashkor. Das ist derselbe Lens, den wir jahrelang für tot hielten. Wie sich außerdem herausgestellt hat, sind er und sein Bruder Valkion die letzten Überlebenden des Drachenvolkes. Erstaunte Ausrufe wurden laut. Aber noch erkundigte sich niemand nach dem Obsidian. Scheinbar hatten die Leute noch nicht vollständig realisiert, was für eine entscheidende Rolle Valkyran bei der ganzen Sache spielte. Vor einigen Wochen ist es uns gelungen, Lens gefangen zu nehmen. Doch er konnte entkommen und entführte dabei unsere Freundin Valkyria. Ich stehe mir jetzt gerade so vor, alle schreien sich um so. Hi. Wie ihr alle sehen könnt, ist sie heute Abend hier in unserer Mitte. Da wir sie erfolgreich befreien konnten. Danke. Dankeschön. Noch kennen wir die Gründe nicht, die Lens dazu antreiben, das Hauptquartier seit Jahren unablässig zu attackieren. Aber wir sind fest entschlossen, ihn zu verfolgen und festzunehmen. Komme, was wolle. Informanten zufolge befinden er und Valkyran sich derzeit im Kapperland. Wir haben umgehend ein paar unserer Spione dorthin entsandt. In diesem Augenblick wurden zahlreiche Fragen über Valkyrans Loyalität in der Menge laut. Sogleich beruhigte Mieko die Aufständigen und erklärte, dass Valkyran sich seinem Bruder nur angeschlossen hatte, um mich zu retten. Sie ging jedoch nicht weiter ins Detail und gab offen zu, dass sie weitere Informationen benötigte, um sich ein Bild machen zu können. Um zum Thema zurückzukommen. Laut erster Berichte halten sich die beiden Brüder nach wie vor im Kapperland auf und scheinen dort langfristig Lager bezogen zu haben. Wir werden daher eine Spezialeinheit entsenden, bestehend aus unseren Garden-Chefs, Leifton, sowie unseren herausragendsten Rekruten. Ich bin zuversichtlich, dass Lens ein für allemal gefasst wird. Danke für eure Aufmerksamkeit! Mit diesen Worten trat Mieko von der Menge zurück und verschwand in der Bibliothek. Kero, Huan-Kwa und Leifton blieben noch eine Weile vor Ort, um Fragen zu beantworten und aufgebrachte Gemüter zu beruhigen. Es wurde wild durcheinandergeredet. Viele beschuldigten Valkyran des Verrats, obwohl Mieko sich alle Mühe gegeben hatte, seinen Ruf zu wahren. Andere mussten erstmal verarbeiten, dass Lens noch lebte und derselbe Misseltäter war, der das Hauptquartier all die Zeit über bekämpft hatte. All diese Neuigkeiten erschienen ihnen undenkbar. Ja, geradezu absurd! Und doch war es die Wahrheit. Verschiedene Gründe hatten Valkyran dazu veranlasst, mit seinem Bruder zu gehen und nun waren wir ihm auf den Fersen. Während er geduldig zu den Fragen Stellung nahm, verteilte Kero Informationsblätter, die ich sogleich aufmerksam durchlas. Unter anderem standen darin auch nähere Einzelheiten zu Lenses geplanter Festnahme im Kapperland. Als ich meinen Namen in der Liste der herausragendsten Rekruten sah, setzte mein Herzeinschlag aus. Na, wie fühlt man sich so als herausragender Rekrut der Garde? Perplex, aber auch angenehm überrascht und vor allem erfreut zu wissen, dass sie so viel Vertrauen in mich setzt. Ah, ich gebe es ungern zu, aber du hast es dir verdient. Warum fällt dir das so schwer? Ich für meinen Teil würde ein zerbrechliches Persönchen wie dich nie mit auf eine so gefährliche Mission nehmen. Aber Miiko wollte dich ja um jeden Preis im Team haben. Er wuschelte mir spielerisch durchs Haar, hörte aber nicht auf, mich zu ärgern. Äh, obwohl ich mittlerweile Azrael relativ entspannt finde. Am Anfang mochte ich ihn so gar nicht. Jetzt mittlerweile ist das aber echt. Meine Schwester fragt, was du da machst. Ich kann es nicht erklären. Was genau mache ich denn? Ich synchronisiere und lese vor und wir spielen gemeinsam ein Otome-Gin. Übrigens noch etwas, was ich ganz, ganz großartig finde. Ähm... Hier bei uns im Chat. Ihr diskutiert ja untereinander auch. Und diesen Austausch gibt es auf YouTube so nicht. Natürlich, es gibt mal Theorien, aber so eine Konversation wie hier gibt es nicht. Sie hat nur Aha gemacht. Also hallo, Schwester von Alice. Denkt ihr nichts. Denkt ihr einfach nichts. Ich machte von Anfang an Azrael. Elfe und blau. Ja, ich weiß nicht. Am Anfang, der war mir so ein bisschen aufmüpfig. Was mag ich nicht? Oh, sie meint, sie schaut es sich an. Oh, oh. Jetzt aber hopp. Gehen wir an die Sachen packen, bevor wir es uns noch anders überlegen. Am besten, ich packe erstmal meine Tasche. Dann bin ich mal gespannt, wann das Ganze hier jetzt noch so eine Kehrtwende nimmt. Ich leerte meine alte Tasche aus und suchte mir ein paar Kleider zum Wechseln zusammen. Bei dieser Gelegenheit ging ich auch in der Wäscherei vorbei und bat die dort arbeitenden Angestellten, meine Klamotten zu waschen. Dieser kostenlose Waschservice für Gartenmitglieder war schon äußerst praktisch. Gibt es das auch hier so für mich? Wäre großartig, dann muss ich das nicht immer machen. Vito wäscht hier nämlich keine Wäsche mehr. Seitdem er einmal die Wäsche gemacht hat und meinen Lieblingspulli einlaufen lassen hat. Sein Kommentar war nur, hey, du kennst doch genug Mädels, die jetzt noch im Wachstum sind. Dann kannst du das doch nehmen. Und irgendwann wirst du eh schwanger, dann kannst du das auch für deine Kinder benutzen. Dann denke ich mir auch so, danke Vito. Wir sind eine große, verrückte Familie, genau das. Typisch Männer, sage ich nur. Ja, es ist schlimm. Ja, es ist das Schöne am Stream, dass man live über Sachen reden kann. Genau das, Angie. Und das gefällt mir mittlerweile auch so sehr und deswegen kommt auf YouTube auch nicht mehr ganz so viel. Was für ein Spruch. Ja, es ist mein Mann. Bei dem Trubel der letzten Woche hätte ich nie und nimmer Zeit gefunden, mich auch noch um meine Wäsche zu kümmern. Wahrscheinlich würde ich längst in Sackkleidern herumlaufen. Also, ich wasche meistens, wenn ich noch so zwei Unterhosen übrig habe. Wenn es halt sein muss, ne? Mein Dad hat auch schon mehrfach Poodies einlaufen lassen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Männerkrankheit. Vielleicht liegt es am Y-Chromosom. Ich beschloss die Zeit bis zum Aufbruch zu nutzen, um noch eine Runde durchs Hauptquartier zu drehen und mich nach Chromes Zustand zu erkundigen. Äh, Chromes Zustand? Was war denn noch mit Chrome? Es ist alles so lange her! Ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Ich musste mehrmals angespannt an die Tür der Krankenstation klopfen, ehe Evelyn mir endlich aufmachte. Ihr Gesichtsausdruck war ernst, aber auch irgendwie beunruhigt. Ich nehme an, du willst zu Chrome. Ja, wie geht es ihm? Aber ich kann dich tragen! Komm schon! Wer ist da gerade reingejoint? Das war Blurb. Erschreckt euch bitte nicht. Das war merkwürdig. Okay, zurück zu Chrome und, ähm, ne? Wir müssen jetzt hier so ein bisschen... Chrome wurde fast getötet von Lance oder Lafton. Stimmt! Stimmt! Der war irgendwo halbtot unterwegs und wir wussten nicht mehr genau, ähm, was mit ihm los ist. Genau, wer, wer dafür verantwortlich war. Und dann hatten wir schon spekuliert, ob es eventuell Lafton war, der ihn zum Schweigen bringen wollte. Wo dann aber ganz, ganz viele in den Kommentaren geschrieben haben, Nein, das war bestimmt nicht Lafton, weil Lafton ist so toll. Ich traue Lafton immer noch keinen Millimeter über den Weg. Einfach, weil er damals diesen Zivilisten getötet hat. Und das kann ich ihm bis heute nicht ver... äh, nicht verdenken, sage ich schon. Ich kann es ihm nicht verzeihen. Und deswegen würde ich ihn auch niemals als Love Interest wählen. Auch wenn es ganz, ganz viele Mädels gibt, die sagen, Oh, Lance ist aber so toll. Ja, wo ist er denn toll? Er ist uns gegenüber toll. Ja. Natürlich, weil er uns liebt. Aber warum liebt er uns? Weil er Psychopath ist und meint, dass er halt die Reinheit der Spezies behalten möchte. Leute, bitte. Das hat nichts mit Cuteness zu tun. I feel attacked. Sorry, Jessica. Ich traue Lafton nur so weit, wie ich ihn werfen kann. Was? Lafton ist doch harmlos. Lafton ist halt eine Jandere. Der war irgendwo halbtot unterwegs. Ich gehe ab. Und zwar auch halbtot spazieren. Ja, Waifu. Wer macht das nicht? Morgens nach dem Aufstehen, dann laufen wir alle halbtot durch die Gegend. Lafton und Lance gleich krank. Ja, Lance ist natürlich auch noch so ein Kaliber für sich. Also, ich weiß nicht. Ich finde es auch schwer, die beiden zu vergleichen. Ich habe den auch nur genommen, weil ich Psychos interessant finde. Und es spannend sein könnte. Ja, gut. Aber du hast jetzt kein Faible für Psychopathen, oder? Ich meine, klar. Es gibt immer noch diesen wir wollen ihm unbedingt helfen-Komplex, aber ich weiß nicht wieso, aber Lance macht mir ernst. Der Kerl hat die Hexen sonst wen gekillt. Danke, Yvonne. Danke. Ja. Soviel zu Lafton. Weil der ist echt ein bisschen... Wie sind wir da überhaupt zugekommen? Ach ja, Chrome. Sein Zustand ist stabil. Wie stehen die Chancen, dass er aufwacht? Im Moment ist es noch zu früh, mich dazu zu äußern. Ich kann dich aber gern benachrichtigen, sobald er über dem Berg ist. Super, Evelyn. Vielen Dank für dein Verständnis. Kümmer dich gut um ihn. Ich verabschiedete mich von Evelyn. Das ging ja schnell. Vertreibe dir die Zeit. Mit einem Spaziergang. Und Kero. Ich bin so froh, dass er wieder im Hauptquartier unterwegs ist. Kero, wie geht's dir? Ach, weißt du, ich bin ein bisschen überarbeitet. Und dir? Ganz okay. Ich kann's kaum erwarten, den Valkyran und... Lance aufzuspüren. Ja, das kann ich mir denken. Valkyran muss dir entsetzlich fehlen. Die Erwähnung seines Namens versetzte mir einen tiefen Stich. Valkyria? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, absolut nicht. Mach dir keine Gedanken. Es ist nicht wegen dem, was du gesagt hast. Ich vermisse Valkyran einfach so schrecklich. Ich will lieber nicht darüber reden. Es tut zu weh. Eins, zwei oder drei? Ich bin ja fast für zwei. Aber was sagt ihr dazu? Lörg Support. Danke dir, Nix. Vielen Dank. Eins, zwei, 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 zwei. Zwei, 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 zwei. Zwei, zwei. Okay. Ich glaube, sehr viel mehr kommt da nicht. Da haben wir einmal eine Eins dazwischen. Aber ansonsten sind mehr Leute für die Zwei. Dann nehmen wir die Zwei, oder? Dann machen wir das. Schon allein über ihn zu reden, bricht mir das Herz. Du Arme. Das tut mir echt leid. Ich... Er kam auf mich zu und schloss mich in die Arme. Ich bin für dich ja... Ja? Ich... Ich bin für dich ja. Oh, wie hoch. Danke. Da haben wir es wieder. Ich... Ich bin für dich da, wann immer du jemanden zum Reden brauchst. Doch der Gedanke schmerzte mich so sehr, dass ich nur noch weg wollte. Über Walkhörn zu sprechen, fiel mir schwerer als erwartet. Ich muss dringend auf andere Gedanken kommen. So, wen haben wir jetzt noch nicht getroffen? Allaia. Die mit den dicken Eutern. Du hast bitte was getan? Ich habe geholfen, das Ritual Zorn der Titanen vorzubereiten. Es war sehr interessant und überaus lehrreich. Lehrreich? Soll das heißen, du willst dich jetzt auf das braunen Explosiver Tränke spezialisieren, oder was? Vielleicht. Ich finde diese Wissenschaft extrem faszinierend. Ich würde gern tiefer einsteigen. Kulaya und Allaia waren in ein angeregtes Gespräch vertieft. Sichtlich froh darüber, wieder beieinander zu sein. Besser, ich störe sie nicht weiter. Es sind ja nun auch schon einige Stunden vergangen. Ich sollte mal zum Strand hinuntergehen. Hoffentlich brechen wir demnächst auf. Aber ich finde, das geht jetzt alles ziemlich schnell, ne? Das wirkt alles so wie, okay, wir müssen jetzt ganz fix irgendwie vorankommen. Ich meine, das ist so ein, erst dahin, dann dahin. Jetzt sind wir da wieder fertig. Da wollen wir nicht stören. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Blick von der Allaia-Stimme. Ich sag's ja, meine beste Freundin hat sich auch köstlich amüsiert. Die musste wirklich sich richtig zusammenreißen, nicht herzlich loszulachen, als ich hier das Winterspecial aufgenommen habe. Das geht mir zu schnell, ich bin überfordert. Als ich am Strand ankam, waren Azuril, Nephra und einige andere bereits vor Ort. Trotzdem waren wir noch nicht ganz komplett. Geduldig warteten wir auf die Nachzügler. Leifton erreichte den Strand als letzter, begleitet von einer düstert reinblickenden Miiko. Ich hatte so eine Ahnung, dass mir das, was sie uns zu sagen hatte, ganz und gar nicht gefallen würde. Bevor ihr diese Mission antretet, habe ich noch ein paar überaus wichtige Informationen für euch. Die im Neuigkeitenblatt der Garde nicht auftauchen. Verliesen aber ein Switch drin. Ich hob eine Augenbraue. Was für Informationen hatte sie der Garde wohl vorenthalten? Die Spione, die wir zu den Kapperdörfern ins Jadeland entsandt haben, haben eine ungewöhnliche Ansammlung von Kraken gemeldet. Allem Anschein nach hat Lent sich erfolgreich mit diesen mächtigen Kreaturen verbündet. Das ist ja nichts Neues. Also ich weiß nicht, was da abgeht und wie er das geschafft hat, aber er hat irgendwie eine Connection mit diesem Wesen der Tiefe. Also es ist schon sehr interessant. Er erinnert mich auch jedes Mal ein bisschen an Fluch der Karibik, wenn ich ehrlich bin. Das überrascht mich nicht. Schon bei meiner Entführung hat er einen von ihnen unterworfen. Verstehe. Jedenfalls ist höchste Vorsicht geboten. Es kann gut sein, dass ihr auf eure Reise von einer oder gleich mehreren dieser Bestien angegriffen werdet. Es ist eine Mission der höchsten Gefahrenstufe. Josephine, vielen Dank für dein Follow. Ich würde es verstehen, wenn ihr nach diesen Enthüllungen einen Rückzieher macht. Valkyron ist bei Lent, ganz gleich wie viele Hindernisse sich mir auch in den Weg stellen. Ich muss ihn finden. Du kannst auf mich zählen, Miiko. Alles, was ich will, ist unseren Valkyron zu finden und meinen Entführer Lent hinter Schloss und Riegel zu bringen. Zufrieden sah sie mich an. Ich konnte spüren, dass sie auf meinen Mut vertraute. Dann musterte Miiko einen jeden von uns kritisch. Wir, um sicher zu gehen, dass wir auch alle für die kommende Seereise gewappnet sind. So, und bevor ihr euch jetzt fragt, was das für komische Geräusche sind, für die Leute, die das erste Mal hier vertraute. Das ist so, China. Ja, Entschuldigung. Ich war kurz abgelenkt. Das sind sogenannte Blurpsounds. Zwischendurch kommen Blurpsounds hier rein von Leuten, die hier einen Sub haben. Und die Leute, die einen Sub haben, dürfen sich halt einen Sound aussuchen, der spielt, sobald sie hier in den Chat reinkommen. Also, deswegen nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Das sind nur Leute, die in den Chat reinkommen. Ähm, ja. Und die hier halt ein Abo haben. Dein Outfit ist so wunderschön. Dankeschön. Ich dachte mir, wenn wir heute schon Eldaria spielen, dann können wir uns auch mal ein bisschen, ne? Vor allem, es hat so tolle Wuschärmel. Liebe Wuschärmel. So, also nochmal. Dann musterte Miiko ein, jeden von uns kritisch, wie um sicher zu gehen, dass wir auch alle für die kommende Seereise gewappnet waren. Doch sind wir das wirklich? Kommen wir gegen diese Kraken an? Niemand schreckte vor der Gefahr zurück. Und als ich das Boot bestieg, wusste ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Sogleich trat ich an die Reling. Auch wenn meine Hände zitterten, so war ich doch fester entschlossen denn je. Was auch geschehen. Was auch passierte. Ich würde Weikion finden. Wir waren nun schon einige Stunden unterwegs. Und ich hatte die Ellenbogen auf das Schiffsgeländer gestützt. Genüsslich inhalierte ich den leicht salzigen Meereswind. Ja, das ist natürlich schön, aber Wellengang und so, das... Also ich persönlich wäre dafür überhaupt nicht geschaffen. Plötzlich stieg Azrael aus dem Frachtraum herauf. Eine junge Frau am Arm gepackt. Aller jeher! Ich konnte nicht einfach tatenlos zu Hause sitzen. Ich will mich an den Kraken rechnen und ihnen zeigen, dass wir Meerjungfrauen mehr sind als bloßes Fischfutter. Leifton kam hinzu. Diese Mission ist extrem gefährlich, Aller jeher. Darum haben wir die Teammitglieder auch so sorgfältig ausgewählt. Weiß ich ja. Ich hätte euch am Strand nicht nachspionieren dürfen, aber als ich mir eine Gelegenheit bot, heimlich aufs Schiff zu gelangen, da hat mein Verstand einfach ausgesetzt. Ich habe das Gefühl, dein Verstand, der setzt öfter mal aus. Nun, da du ja schon mal hier bist, werden wir dich nicht bis zum Hauptquartier zurückschwimmen lassen. Aber beim kleinsten Anzeichen einer Bedrohung ziehst du dich in den Frachtraum zurück. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas zustößt. Ich kann kämpfen. Aller jeher. Entweder wir machen es so, oder du wirst bei unserer Rückkehr ins Hauptquartier die Garde verweisen. Ich so... War gut. Autsch. Leifte meinte es bitterernst. Aller jeher verzog sich schmollend in eine Kabine. Sie sah alles andere als zufrieden aus. Boah, Chantal! Entschuldigung. Aber richtige Chantal. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Alaia damals gesehen und ich habe sie halt... Ich habe sie als Chantal gefielt. Ich habe sie als Chantal gefielt. Ich weiß auch nicht. Esra, könntest du Miko eine Nachricht zukommen lassen und sie von dieser Planänderung in Kenntnis setzen? Natürlich. Er band einen Zettel an Tee in Mils Klaue, der sich sogleich in die Lüfte schwang. Haben wir für eine zusätzliche Passagierin überhaupt genug Proviant? Wir haben nur das absolute Minimum dabei. Aber vielleicht können wir ja bei den Kappers ein paar Nahrungsmittel kaufen, wenn wir dort angekommen sind. Leifte entschiehen über den blinden Passagier alles andere als erfreut zu sein. Chantal. Auf einmal traf eine heftige Erschütterung das Schiff von der Seite, sodass es fast umkippte. Mein erster Gedanke war, dass es sich um einen Krakenangriff handeln musste und ich stürmte sogleich aufs Deck, mehr als bereit es mit den Kreaturen aufzunehmen. Ich würde kämpfen bis zum bitteren Ende. Aber als ich die Reling erreichte, erblickte ich lediglich einen Schwarm Meerjungfrauen, die unser Boot umkreisten. Ihre Bewegungen waren so energisch und perfekt aufeinander abgestimmt, dass sie eine Art Mahlstrom erzeugten, in den unser Schiff unaufhaltsam hineingezogen wurde. Hey, toll! Aber jetzt ist es ja gut, dass wir Alaya dabei haben, weil die wird wahrscheinlich dann mit den Meerjungfrauen kommunizieren können und sagen können, hi, alles gut, wir sind voll entspannt und so. Was treiben die Meerjungfrauen da? Wie können wir sie aufhalten? Ich habe nicht die geringste Ahnung, ich... Ich glaube, das ist meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Ich habe sie gerufen. Ich habe mich so über dich geärgert, Leif, denn ich, äh... Ohne Vorwarnung drückte sie mir plötzlich ihren Meerjungfrauentrank in die Hand und sprang über Bord. Ellie! Nein! In der absurden Hoffnung, sie noch zu fassen zu kriegen, warf ich mich gegen das Geländer, aber... Vergebens. Alaya war längst im Herzen dieses Strudels versunken. Unter den sich am Bug brechenden Wellen knirschten die Holzplanken immer lauter. Lange würde das Schiff dieser Belastung nicht mehr standhalten können. Und hallo Amy-Sternchen, vielen, vielen Dank auch dir für dein Follow. Herzlich Willkommen! Doch von einer Sekunde auf die andere beruhigte sich das Meer und unser Boot war außer Gefahr. Sofort suchte ich das Wasser nach Alaya ab. Wir waren von einer ganzen Schar Meerjungfrauen umringt, aber ich konnte sie nirgends entdecken. Mein Herz machte einen Satz. Panisch rief ich ihren Namen. Eine schreckliche Vorahnung stieg in mir auf. Die Wellen waren so stürmisch gewesen. Was, wenn Alaya darin den Tod gefunden hatte? Ellie! Ellie, um Gottes Willen! Tut mir leid für die Leute, die Kopfhörer aufhaben. Warum hast du nur nicht auf Leif denn gehört? Wenn ich auf ihn gehört hätte, hätten wir jetzt keine neuen Verbündeten. Alaya, wo steckst du? Oh, na, im Wasser. Lass mal bitte meinen Trank rüber wachsen. Ich warf den Trank ins Meer und sah, wie eine Gestalt ihn auffing. Das war sie. Sie war am Leben. Wenige Minuten später kehrte Alaya zurück an Bord. Wie sie uns erklärte, hatten die Meerjungfrauen ihren Schmerz, ihren Groll und ihre Wut gespürt und waren in der Annahme, dass sie unsere Gefangene sei, zu ihrer Rettung geeilt. Das ist voll praktisch. Das ist richtig praktisch. Also sowas hätte ich auch gerne, ne? Wenn man Wut und, ne? Hat man gleich immer Verbündete dabei. Schon cool. Nachdem Alaya ihnen die Lage erläutert hatte, Bonstabea, herzlich willkommen und danke für dein Follow, hatte sie sie überzeugt, uns im Kampf gegen die Kraken zu unterstützen. Hj. Ja. Vielen Dank.